Ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil des NFDI for Biodiversity Tools and Services Webinar. Und wie auch beim letzten Mal wollen wir in dieser Webinar-Reihe die Funktionen, die Anwendungsmöglichkeiten, aber natürlich auch die Vorteile der NFDI for Biodiversity Tools and Services beleuchten. Und nachdem wir uns ja beim letzten Mal vor allen Dingen auf den Terminology Service konzentriert haben, geht es heute um das Datenmanagement-Tool Bexis 2. Die Veranstaltung wird, wie auch beim letzten Mal, gehostet von der Gesellschaft für biologische Daten. Es ist auch wieder in zwei Teile gegliedert, die insgesamt ungefähr eine Stunde dauern werden. Das heißt, im ersten Teil werden wir so ungefähr 20 bis 30 Minuten wieder eine Demonstration und eine Präsentation des Services bekommen. Dieser Teil wird aufgezeichnet und im Nachhinein veröffentlicht. Und im zweiten Teil können dann wieder Fragen gestellt werden. Mein Name ist Daniel Cink. Ich bin Trainingskoordinator im Projekt NFDI for Biodiversity und arbeite bei der Gesellschaft für biologische Daten in Bremen. Und ich bin Moderator des heutigen Webinars. Und nun freue ich mich, Ihnen David Schöne vorstellen zu können. Er arbeitet bei der Friedrich-Schiller-Universität in Jena als Research Software Engineer. Und er arbeitet mittlerweile seit 2011 schon an der Entwicklung von Bexis 2 und ist dort leitender Entwickler. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich natürlich mit der weiteren Entwicklung von Bexis, aber auch dem User-Support und Entwickler-Support. Und er ist zudem Server-Admin für Bexis 2 Instanzen. Okay, danke Daniel. Ich fange gleich an. Was ist Bexis 2? Bexis 2 ist ein Open-Source-Daten-Management-System, was vorwiegend für laufende wissenschaftliche Projekte gedacht ist, die zur Laufzeit Daten speichern wollen und damit schon relativ früh eine hohe Datenqualität erreichen können. Dazu soll es den Wissenschaftlern Spaß machen, die Daten da einzupflegen. Neben dem Spaß haben sie dann aber auch schon die Möglichkeit, relativ schnell intern im Projekt Daten zu verteilen, also Data-Sharing. Und das läuft über Requests im System. Einer der wichtigsten Punkte bei Bexis 2 ist, dass wir flexible Metadaten und Datenstrukturen ermöglichen und das in mehrfacher Weise. Das bedeutet, dass mehrere Metadaten und Datenstrukturen existieren können gleichzeitig. Das bedeutet, dass wir themenunabhängig sind und dass jedes Projekt, was halt sein eigenes Thema beinhaltet, dass wir da halt auch individuell da Anpassungen machen können. Wir fokussieren uns vorwiegend auf tabellarische Daten, können Binärdaten, sowas wie Images und Dokumente und sowas auch auf dem Server ablegen, aber das wird nicht in die Datenbank gespeichert, sondern halt per Links referenziert im System. Also das ist unser Team. Franziska Sander ist unsere Projektkoordinatorin. Sie fängt alle Feature-Requests und Wünsche und Dinge ab, versucht das ein bisschen zu koordinieren und die Aufgaben kriegen dann wir, also Sven Thiel und ich, David Schöne. Genau, wir haben das Glück auch ab und zu aus unterschiedlichen Projekten Entwickler bei uns kurzzeitig nutzen zu können. Das war im Versionssprung von 2 auf 3 so. Da haben wir aus Aquadiva und von Microverse Support von Hamdi Hamad und Martin Humuth bekommen. Das sind aktuell die Instanzen, die in irgendeiner Weise Beaxis 2 nutzen. Einige sind noch im Aufbau und einige halt auch im Rahmen von NFDI for Biodiversity, weil wir dort halt den Service anbieten, auch für die Projekte virtuelle Maschinen aufzusetzen, Beaxis 2 zu installieren und im Gespräch herauszufinden, welche Metadaten wichtig sind und wie am besten die Vorbereitung ist, um Daten dann halt zu anderen Repositorien zu veröffentlichen. Wenn ich jetzt demnächst auf die Funktion von Beaxis 2 eingehe, möchte ich kurz nochmal das erwähnen, dass wir halt in unserem System etwas speichern, das heißt Dataset und das ist etwas, was mit Metadaten und Daten zu tun hat. Die Metadaten beschreiben die Daten, die Wissenschaft, also die gemessen wurden, ein bisschen genauer. Es gibt Metadatenstrukturen, die die Struktur der Metadaten beschreibt und mit gewissen Regeln irgendwie sicherstellt, dass die Inhalte aus den Metadaten valide sind. Und genauso ist es auf der Data Structure Seite. Also mit verschiedenen Regeln können wir im System garantieren, dass die Daten valide sind. Wenn wir über Funktionen reden, unterteilen wir das gerne in zwei Bereiche, und zwar einmal die Wissenschaftlerinnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die etwas technischer, versierteren Personen, die entweder Datenmanager oder Administratorin sind. Ich fange jetzt mit den Endnutzer-Featuren an. Und da ist, also ein Feature ist, dass wir Datenstrukturen im System erstellen können, das durch das Importieren einer Datei oder durch das direkte Anlegen in dem System. Dabei haben wir verschiedenste Punkte, die uns wichtig sind im System. Und zwar, das ist einmal die Variablen-Definition. Wir können Units anlegen. Wir können Regeln, also Constraints, auf die Variablen setzen, wie zum Beispiel eine Domain-Constraint-List. Das heißt, wir haben, sagen wir, zehn Werte. Und wenn in der Datei halt einer dieser Werte vorhanden ist, dann ist die Zelle valide, ansonsten nicht. Wir nutzen, also wir können mit Missing-Values arbeiten und neu ist ein semantischer Teil. Das sind die Meanings und die External-Links. Damit ermöglichen wir zusätzlich, wie hier in dem Beispiel rechts, bei der Variable Kingdom noch zusätzlich, die Bedeutung hinzuzufügen, dass es sich um einen taxonomischen Rang handelt, beziehungsweise auch direkt Kingdom, direkt taggen. Und das verweist wiederum auf externe Ressourcen, wie zum Beispiel hier die Darwin-Core-Terms. Okay. So. Wenn wir Daten hochladen wollen, können wir das starten, indem wir am Anfang eine Data-Structure anlegen, aber wir können auch direkt mit der Datei anfangen. Ist egal, wie man es macht. Letztendlich werden die Daten validiert. Und es gibt hier, wie auf dieser Seite, jetzt zum Beispiel hier in dem grünen Bereich, die Information, okay, es gibt also verschiedene Validierungsschritte, die durchgegangen werden müssen, damit die Dateien valide sind. Und das definiert man, wie hier auf der rechten Seite, anhand der Datenstruktur-Definition. Genau. Wenn die Daten dann einmal im System sind, dann müssen die auch irgendwie gefunden werden. Und das machen wir durch eine Suche. Alle Datensätze, die erzeugt werden, haben Metadaten. Und die Metadaten werden in einem Index bereitgestellt und in der Suche zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Nutzer, die registriert sind, können dann die Datendatasets finden, können dann aber nicht auf die Daten zugreifen, weil die dann erstmal vorläufig geschützt sind. Und wenn jemand aber die Daten interessiert, kann man über einen Request einen anderen Nutzer sagen, hey, dein Datensatz ist super schick, den brauche ich für meine wissenschaftlichen Aufgaben, könnte ich da vielleicht mal reingucken. Und dann kann der Creator, der Owner, kann entscheiden, ob derjenige das machen darf. Und dann haben wir hier so vier verschiedene Regeln. Lesen, schreiben, löschen und selber Rechte hinzufügen. Jedes Mal, wenn wir Metadaten oder Daten oder generell irgendwas an dem Datensatz ändern, wird eine neue Version erstellt. Und das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt zu einer gewissen Version zurückspringen. Wir ermöglichen auch das Runterladen des aktuellen Stands in den jeweiligen Versionen. Hier in dem Beispiel hat man als erstes Metadaten kreiert, dann hat man 220 Zeilen hochgeladen, dann nochmal was editiert. Jeder Zeitpunkt, jeden Zeitpunkt kann man zurückspringen und dann eine Version herunterladen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Daten, die einmal im System sind, für externe Provider vorzubereiten. Das heißt, wir haben jetzt in der aktuellen Version die Möglichkeit, ein Darwin Core Archive SIP für GBIF vorzubereiten. Wir können auch die Daten intern freigeben und auch über eine DOI-Vergabestelle wie Datasite können wir DOIs requesten und dann hat man halt auch quasi eine DOI für den Datensatz. Es gibt auch, was das entwickelt wurde für GF-Bio, also dass wir für Pangea und den Museen was vorbereitet haben. Das ist auch noch möglich. Genau, das ist auch noch möglich. Okay, wenn jemand unsere UI nicht so gefällt, dann haben wir auch die Möglichkeit, über APIs Dinge in der Datenbank zu manipulieren. Das heißt, man könnte aber auch die, also eine Funktionsmöglichkeit wäre hier zum Beispiel auch mit R auf die API Sachen zuzugreifen und dann direkt auf die Daten der jeweiligen Datensätze. Eine ganz große Liste, man kann ganz viel damit machen. Man kann im System neben der normalen Registrierung auch so etwas bereitstellen wie LDAP und somit ermöglichen wir halt ein Single Sign-On. Das heißt, ist ein Nutzer in irgendeiner zentralen Stelle schon mal registriert, kann die Person sich halt hier mit E-Mail und Passwort direkt einloggen. Kommen wir jetzt zu den Datenmanager beziehungsweise Administrationsmöglichkeiten, weil wir versuchen auf der einen Seite ja den Wissenschaftlerinnen das so einfach wie möglich zu machen und bei einem so komplexen System wie Beaxis 2 muss halt jemand das irgendwie konfigurieren. Und da kommen wir jetzt zu diesen paar Punkten. Wenn wir die Suche sehen und wenn wir wissen, dass wir unterschiedliche Metadatenstrukturen im System haben, kann man das Ganze auch in der Suche irgendwie bereitstellen. Das heißt, man bestimmt selber, welche Knoten in der Suche sichtbar sind und was die Wissenschaftler interessiert, wonach sie suchen können. Das kann man in dem Search Manager hier erstellen. Dann erzeugt man einen neuen Index und dann ist die Suche bereit für neue Konfigurationen. Wie ich vorhin erwähnt habe, gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Metadatenstrukturen zu benutzen. Also im generellen Fall ist es ja so, dass die Metadatenstrukturen, also alle Metadatenstandards basieren ja irgendwie auf XML und demzufolge auch auf dem Regelwerk XSD. Also XSD ist ja das Regelwerk für eine XML, um zu garantieren, dass die valid ist oder nicht. In unserem System ist es möglich, XSDs zu importieren und basierend daraufhin erstellen wir eine Metadatenstrukturen mit den Regeln, die in der XSD festgelegt sind. Also sind dort Constraints, sind da Sachen drinne, wie das ist ein Pflichtfeld, das muss eine Zahl sein, das ist ein Datum oder so, das wird im System gespeichert und genau so wird dann das Formular auch dementsprechend aufgebaut. Und um das Ganze wieder nach draußen hin vorzubereiten, gibt es in dem System ein Mapping-Bereich, wo man einzelne Felder von unseren Metadatenstrukturen zu anderen Konzepten, wie zum Beispiel die Vorbereitung für das Darwin Core Archive und dann Felder gemappt werden können. Okay, wir haben einige Notifications, die aus dem System rausgehen. Das ist vorwiegend, ist das für die Nutzer und den Admin, der quasi die dann halt prüfen können, okay, das wurde jetzt ein Datensatz erstellt, jemand hat eine Anfrage an mich gestellt, wie hier in dem Beispiel, ein Data Request, wurde erstellt für einen gewissen Datensatz, hier steht eine Intention. Ja, das ist ein schöner Datensatz, würde ich mir gerne mal angucken. Und auch alle Sachen wie zum Beispiel User-Registrierung geht eine Notification raus. Alles, was mit der Änderung des Datasets zu tun hat, geht raus. Die nicht so schönen Exceptions, kann man aber auch ausstellen. Und Requests, genau, das habe ich schon erwähnt. Neben den Data Permissions, also den Rechten auf Datensätze, gibt es auch sehr viele Funktionen im System, die teilweise ein bisschen sortiert werden müssen nach administrativen Funktionen und Endnutzer-Funktionen. Und das Ganze ist auf dieser Seite abgelegt und man kann im System Gruppen und User definieren, User-Gruppen zuweisen und dann die jeweiligen Funktionen den einzelnen Usern oder Gruppen zuweisen. Das bedeutet, das Beispiel mit Data Structure. In einem System könnte es eventuell sinnvoll sein, dass die Wissenschaftlerinnen selber die Data Structures erstellen können. In einem anderen System sagen aber die Data Manager zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier drei Datenstrukturen, die reichen mir, mehr sollen die gar nicht bauen. Und das heißt, man würde die Funktion halt den Nutzern vorenthalten und man hat halt nur die Auswahl beim Kreieren der Datasets auf die Datastructures, die im System vorhanden sind. Genau, unser Bexys 2 ist modular, aufgebaut und es gibt sehr viele unterschiedliche Module, die noch dazu entwickelt wurden. Ich konnte die jetzt hier nicht alle auflisten. Teilweise von den, Teile von den Modulen sind auch intern genutzt, aber da macht es natürlich Sinn, sich halt dann eventuell mit den Projekten selber mal ein bisschen in Kontakt zu setzen und man könnte die eventuell nutzen. Hier ist ein Link auf unserer Seite Software und Modules. Da ist eine Liste mit all den Modulen, die in irgendeiner Art und Weise schon mal gemacht worden. Genau, und jetzt möchte ich über das Party Package reden. Genau, wir haben in unserem System haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Partys zu definieren und eine Party ist zum Beispiel eine Person mit unterschiedlichen Attributen, wie hier jetzt zum Beispiel aufgelistet. Das Ganze ist frei konfigurierbar, also ob die Person jetzt so viele Werte hat oder ob man zum Beispiel das Fax nicht mehr braucht oder die Mobiltelefonnummer. Das kann eingestellt werden und genauso gut kann man Organisationen, Institut, Projekt und Gruppen kann man auch individuell erstellen beziehungsweise auch neue Typen erstellen mit unterschiedlichen Parametern. Und das ist etwas, was der Datenmanager zum Beispiel gut vorbereiten kann. Und was dann der Vorteil davon ist, ist zum einen, dass man halt so eine Art organisatorische Struktur halt irgendwie aufbauen kann. Aber was noch viel cooler ist, ist, dass man in den Metadaten anfangen kann, Dinge mit einem Autocomplete zu supporten. Das heißt zum Beispiel hier in dem Fall gibt es die Person Max Mustermann. Und wenn man jetzt hier in den Metadaten Max einfach nur eingibt, dann kriegt man eine Liste von allen, die Max heißen, wahrscheinlich jetzt hier in dem System nur einen. Dann wählt man den aus und dann alle Sachen, die halt auf den, die dort zur Verfügung stehen, werden in den Feldern eingetragen. Das bedeutet, man kann halt mit Hilfe dieser Partys die Metadateneingabe, die oft manchmal sehr langwierig ist, ein bisschen verschönern. Genau. Und dann noch eine weitere Sache, die relativ neu ist, das sind die Entity Templates. Die Entity Templates sind eine Ansammlung von verschiedenen Requests, die von den Datenmanagern kamen. Und es ist etwas, was wir eingesetzt haben, um auch wieder mit dem Ziel, Komplexität von den Endnutzern fernzuhalten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Metadatenstruktur und Datenstruktur sage und benutze doch mal ABCD für Collections oder GB für Observations, dann weiß man das unter Umständen nicht. Und es ist eigentlich auch gar nicht nötig, dass die WissenschaftlerInnen das dann letztendlich wissen. Was man hier in den Templates machen kann, ist schon ein bisschen was vorbereiten für zum Beispiel den Fall von Observations. Und ich weiß nicht, ob man das hier jetzt gut erkennen kann, aber da ist hier jetzt zum Beispiel ein Metadata-Schema ist hier angesetzt. Hier sagt man, okay, das Template, also wenn man das Template nutzt, dann kann man auch Data Structures erzeugen beziehungsweise auch limitieren auf eine gewisse Anzahl von Data Structures. Und was für den Datenmanagement-Bereich ganz gut ist, hier kann man unterschiedliche Permissions schon setzen, wenn ein Dataset basierend auf so einem Template angelegt wurde. Ein Beispiel, man hat jetzt Projekt A, man macht jetzt ein Template für Projekt A und man weiß, okay, die PIs sind definitiv da drin. Dann kann man immer sagen, wenn aus diesem Template heraus ein Datensatz erstellt wurde, dann kriegen die PIs grundsätzlich die Lese- und Schreibrechte zum Beispiel. Oder generell im System, wenn man eine Admin-Gruppe hat, kann man auch sagen, okay, die Admins kriegen grundsätzlich immer volle Rechte. Dann kann man auch sagen, wer Informationen erhalten soll, das kann man hier direkt auch wieder über Gruppen definieren. und solche Sachen wie Dateiformat und auch andere Bereiche, ob die sichtbar sein sollen oder nicht. Der Endnutzer muss dann gar nicht wissen, okay, verbirgt sich jetzt hinter Collections das ABCD-Standard oder GBIF, sondern man wählt eins von den Templates aus. Was ja auch noch ziemlich cool ist, ist, dass man schon von vornherein festlegen kann, wie viele Felder muss man denn mindestens ausfüllen, um überhaupt so ein Dataset erstellen zu können. Letztendlich können die Metadatenformulare sehr riesig sein. Und hier mit diesem kurzen Ausschnitt könnte man schon die ersten fünf wichtigen Felder eintragen lassen, bevor man überhaupt das Dataset erstellt. Und zum guten Schluss haben wir es geschafft, den Großteil unserer Einstellmöglichkeiten wirklich in die UI zu bringen. Das heißt, wir haben hier in allen möglichen Bereichen, um halt auch jegliche Wünsche halt irgendwie eingehen zu können, haben wir die Settings mit ein paar Schaltern, wie zum Beispiel hier. Wenn es um Data Structure geht, gibt es Instanzen, die würden gerne, dass bei einer Data Structure, wenn die erstellt wird, sofort der Primary Key gesetzt werden kann. Also, nee, muss. Also macht man hier Enforce Primary Key. Das heißt, die Person, die das halt erstellt, kann halt keine Data Structure speichern, wenn jetzt der Primary Key nicht gesetzt wird. In manchen spielt das überhaupt keine Rolle, also kann man das deaktivieren. Wir wollen, dass unsere Hilfsdokumente gut und aktuell sind. Das schaffen wir manchmal nicht so. Und es gibt aber auch jemand, der extra für sein System eventuell eine neue Hilfe schreiben möchte. Und dann kann man hier zum Beispiel auch einen URL-Pfad eingeben und dann landet man, wenn man in den Link auf Data Structure Help geht, landet man dann halt auf ein externes Dokument. Hier gibt es sehr viele Dinge, auf die ich nicht so eingehen kann. Aber sehr viele Einstellungsmöglichkeiten verbirgen sich dahinter. Ich möchte noch einen Punkt sagen, und zwar, wir haben eine Demo-Instanz. Da muss man sich nicht registrieren. Man hat hier in der Mitte, sieht man schon vorbereitete Nutzer. Gruppen, einmal den Wissenschaftler, Data Manager. Und bei den Administratoren, da braucht man kurz die Information, da kann man ein Passwort bekommen. Und dann hat man auf alles Zugriff. Man kann sich selber registrieren, aber auch mit der Information an uns, was für Features man gerne testen möchte. Oder wenn man das gar nicht machen will, gibt es hier sogar noch eine Public Search und man sieht da einen Datensatz als Beispiel. Und auf der rechten Seite, wir haben auch eine Webseite, wo wir versuchen, so aktuell wie möglich unsere Informationen zu halten. Das war es schon. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.